Und zu diesem neuen Video, ähm, ich würde mal sagen, wir landen mal wieder an Orten, wo wir schon längere Zeit nicht waren. Da würde ich es sagen, ist schon mal auf jeden Fall hier dieses eine, ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dieses eine Schloss, da war ich schon, äh, länger nicht mehr. Und ja, ich würde sagen, wir fliegen da jetzt einmal kurz in diesen einen Turm hier oben. Äh, schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr Tipps habt, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann, darüber würde ich mich mal sehr freuen. Und ich würde sagen, schauen wir jetzt einfach mal, ähm, ja, wie es hier so weitergeht. Ich versuche jetzt hier direkt drin zu landen, wenn ich das hinbekomme, aber ich denke mal schon. Ähm, so. Was haben wir hier? Okay, ich glaube, ich muss doch nochmal hier raus. Ähm, ich bin hier durch, durchs Fenster. Okay, zack, haben wir schon mal erledigt. Ein Kill haben wir schon mal. Ähm, da oder unten ist einer. Ich brauche jetzt dringend eine Schrotflinte, äh, eine, äh, ein Sniper oder sowas. Vielleicht finde ich den hier irgendwo drin. Nee, das ist alles jetzt nicht so gut für Sachen hier irgendwie. Oh, ja, super, okay, das haben wir schon mal. Und ich, die hier, die brauche ich auch. Können wir die raus tun? Was ist das? Hä? Was war das? Da, hier ist auch in einem Haus irgendwie. Da unten ist jemand. Soll ich da jetzt rein, soll ich jetzt hier reingehen nochmal? Ich glaube, ich gehe hier mal runter. Ja, hier ist alles kaputt irgendwie. Ist die Waffe besser oder die andere? Okay, die ist besser. Kann man die rausnehmen? Herr von Wuppert, den ist hier geschossen. Ich gehe mal weg hier. Ich glaube, hier irgendwo ist jemand. Aber bin ich mir jetzt auch nicht so sicher irgendwie. Da ist jemand. Okay, haben wir erledigt. Ich muss jetzt irgendwo einen Schilddrang suchen. Aber da ist eine Banane. Oh, oh. Boah, das ging jetzt schnell. Ich würde mal sagen, wir warten auf die nächste Runde, weil das ging mir jetzt wirklich viel zu schnell irgendwie. Ja. So. Vielleicht soll ich auch mal dieses Wasser-Ding holen. Das hatte ich vorhin mal in der Runde. Ähm. Vielleicht soll ich das auch mal benutzen. So. Welchen Match-Auftrag sollen wir nehmen? Die Suche, eine Truhe. Eine Munitionskiste und eine Lebensmittelkiste. Ich glaube, das letzte Füge ging in den Schaden mit Scharfschützengewehren oder Pistolen zu. Ich glaube, wir nehmen das hier. Ich glaube, das ist eine bessere Wahl. Ja. So. Okay, wo sollen wir jetzt landen? Ich glaube, wir landen wieder beim Bahnhof. Hier, glaube ich, ja. So. Ich hoffe, dass wir jetzt diesmal weiterkommen, weil das fand ich jetzt nicht so gut. Es ging ein bisschen sehr schnell. Da kommt jemand, da kommt jemand. Oder doch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da jetzt nicht jemand kommt. Ich höre irgendwo Schritte. Oh, ich weiß nicht, von wo. Oh, diese Banane ist wirklich toll. Jetzt brauche ich auch ein Medi-Kit. Ganz schön lang gehalten. Boah, das war knapp. Ich bin am richtigen Moment irgendwie hier hochgesprungen. So, was haben wir hier? Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, wo ist der Hose-Rad-Fahrer? Ich habe erst weggefahren. Der ist gar nicht zu uns gekommen, glaube ich. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Auto und fahren mal Richtung Pleasant Plaza oder wie das heißt. Oder nicht in die Richtung Fencing-Feeds. Ja, Fencing-Feeds fahren wir. Ja. Ah, hier können wir jetzt ein neues Auto nehmen und die Matcher auftragen. So, mal gucken. 64 Spieler leben noch, aber wir haben jetzt auch einen Kill. Ist nicht so gut. Aber schauen wir mal, wie weit wir, wie viel wir noch schaffen. So. Da ist der erste Spieler. Okay. Jetzt haben wir zwei Kills schon. Wie viel leben? 50 Spieler leben noch. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier, die anderen kommen sind. Ich würde dringend noch einen Sniper bekommen. Ein Scharfschützengewehr, aber... Schauen wir mal. Ich glaube, ich fahre mal hier in die Richtung. Und wo schießt jemand? Und wo schießt jemand? Nach hinten. Weißt du was, wir fangen da mal hin. Familie liegt mir. Wenn der mich anschießt, dann können wir es auch zu Ende bringen. So. Wollt ihr ja nicht hören. Selber schuld. Hätten wir es auch nicht gemacht. Leute. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau. Wollt. Push.